Kann man den Legacy eigentlich canrushen? Ja. Ach, die schon wieder. Ja, oh mein Gott. Sevengate? Ja, easy. Okay, du machst das Micro, ich mach den Macro-Shit. Ich habe keine Mineralien. Ich habe keine Mineralien. Nein, im 4v4, im 1v1. O.M.G, ich kann diesen Kamperscheiß einfach nicht schreiben, scheiß Ally-Jet. Das geht nicht. Nein, wir sollten ja kein Geld kaufen. WTF, wie sind die jetzt Protoss? Oh shit. Weil sie random sind. Aber wir machen einfach YOLO. Nexos first PvP, sonst... Vibe. Vibe? Vibe. 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 hier ist zum Beispiel das ist wir brauchen mehr Vispena wir brauchen mehr Vispena auf unsere Zombe Wir sind in den Trennen. Gerakul Ich bin hier. Verschleifte die Strahlenie auf dem Gas-Gazer. Wie schlägt man dieses Vieh? Ah, heftig. Mein Schluch Ja, sehr zu Also in Reef will ich auch immer so flamen Ja, 3 auf die Haube, das ist auch okay, aber egal Das wäre zu viel oder zu wenig Wurde ich auch auf F2 zu benutzen Ja, 3 auf die Haube Ja, 3 auf die Haube Ja, 3 auf die Haube Ja, 4 auf die Haube Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I shall be from one. Move the cover. I have journeyed through the darkness between the most distant stars. I have been a blur of some negative silence. A long witness to the entropy of entire realities. All that you have built here on Ioran is but a fleeting dream from which your flesh is conquering. Shall awaken it, finding themselves drowned in a greater nightmare.